Wir haben auch ohne Corona verstanden, dass der Alltag junger Menschen entweder sehr voll ist mit Freizeitaktivitäten und Ganztagesschule oder eben sehr leer ist, weil diese jungen Menschen keine Orte haben, an denen sie gesellschaftlich teilhaben können. Jugendarbeit und ehrenamtliches Engagement wird deshalb auf der einen Seite vor allem in Verbänden immer schwerer, weil junge Menschen immer weniger Zeit haben. Auf der anderen Seite aber für diese zweite Gruppe junger Menschen gibt es nicht genügend Einrichtungen und Fachkräfte, um sie dort zu erreichen, wo sie sind, ob an der Bushaltestelle oder eben auch im Netz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017